Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. La ilahe illallah Aşhhadu anna muhammadan rasulullah Hayya ala salam Hayya ala salam Hayya ala salam Hayya ala salam Allah 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 Und wenn es um Gottes zu tun gibt, dann geht es um Gottes zu tun. Und dann sind die Menschen, die die Menschen zu tun haben, oder zu tun haben. Und dann auch die Menschen zu tun, die Menschen zu tun haben. Die Menschen mit ihren Fädern zu tun. Allah-Talá weiß, dass es uns in unseren Häusern gibt. Er weiß, dass es uns in unseren Häusern gibt. Deshalb kann er nicht sehen, dass jemand eine große Kurban hat, oder eine kleine. Er ist eine große Kulbante, oder eine kleine. Denn Allah-Talá weiß, dass es nach den Häusern gibt. Das heißt, Allah-Talá weiß, dass das zwei Neues betrifft sind. One war eine Baubel, oder sehr Administration mit roten Abonnementen. und die anderen, die Tälke, also eine sehr hohe Böse, oder die Hübsche, oder die Hübsche. Wenn man viel zu halten, dann kann man sehr viel zu tun, oder kann man das tun. Aber es kann die Gefühle, die Gefühle, die Gefühle, die Gefühle, die Gefühle und die Gefühle sind. Es kann die Gefühle sein, dass die Gefühle ist, um die Gefühle zu haben. Er ist in der Welt, der Erkrankung, mit einem großen Schmutz, und er wird er mit der Erkrankung, und er wird er mit der Erkrankung, und er wird er mit der Erkrankung, oder er wird er mit der Erkrankung. Oder er wird er. Ich habe ein Schmutz, ob ich ihn mit ihm verabschiede bin. Und der Herr adal sagt, dass die Zuckhäzen der Erde ein wenig ein paar Bärchen und ein paar Shabnern können. Das ist ebenso, dass die Einwärtser der Kishauhne mit der Kishauhne die Teil der Kielung aufbauen kann. Und die, die ein bisschen Kielung ist, wird nicht in den Kielung von der Kielung übernommen können. Der Wohl hat sich die Dinge an, die Gott haben. Der Wohl hat sich die Dinge an, die Gott haben. Dann wird die Dinge an ihrer Situation und die Nienheiten erforschen. Deswegen werden die kleinen Wohlwahl von den Wohlwahl und die Wohlwahl sein. Und Herr S.W. hat gesagt, dass heute eine Drehung ist für 1,000,000 Drehungen. Herr S.W. hat gesagt, wie ist das so? Herr S.W. hat gesagt, dass ein Mann hatte zwei Drehungen. Er hat eine Drehung gemacht. Er hatte eine Drehung gemacht und eine Drehung gemacht. Er wurde eine Drehung von 1,000,000 Drehungen gemacht. Er hatte eine Drehung von 1,000,000 Drehungen gemacht. Er war sehr unklar, sehr günstige. Aber Allah-Tahler nimmt erwünscht. und die Dinge in den Situationen sind. Die Verkauf hat gesagt, dass du nicht ein wenig Kulbans hast, sondern die kleinen Kulbans, die du die Emanen haben, die Menschen zu stärken, die Menschen zu stärken, die Menschen zu stärken. Nur, die Gott sei Dank, die Menschen zu einem Schraubung, die Gott sei Dank für die Schulden. Das ist unser Leben, nur, dass wir die Arbeit immer noch haben. Nur, wir müssen diese Weise immer wieder sein. dass wir die Arbeit machen müssen, dass wir die Arbeit machen müssen, dass wir die Arbeit machen müssen. Wenn man diese Gedanken macht, dann wird die Wahrheit von Allah-Tahallahu. In den Momenten, wir waren sehr viele Menschen, aber in den Kursen, Es war so großartig, dass in einem Moment, Herr Muslima, in ihrer Bibliothek hat gesagt, dass ich sehe, dass viele Menschen in unserer Gemeinschaft sind, die sich mit den Schleuchern beschäftigt haben. Die Schleuchern oder die Pajama haben auch mit den Schleuchern. Es gibt keine Schleuchte. Mager ان کے لا انتہا اخلاص اور ارادت سے محبت اور وفا سے طبیعت میں ایک حیرانی اور تجہ پیدا ہوتا ہے جو ان سے وقتاً وقتاً صادر ہوتی رہتی یا جس کے اثار ان کے چہروں سے آیاں ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان کے ایسے پکے اور یقین کے ایسے سچے اور صدق سبات کے ایسے مخلص اور باوفاہ ہوتے ہیں کہ اگر ان مال و دولت کے بندوں ان دنیاوی لذات کے دلدادوں کو اس لذات کا علم ہو جائے تو اس کے بدلے میں سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں پھر ایک جگہ پرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس جماعت نے اخلاص اور محبت نے بڑی نمائیات رکھی کی بعض اوقات جماعت کا اخلاص محبت اور جوش ایمان دیکھ کر خود ہمیں بھی تحجب اور حیرت ہوتی ہے اور یہاں تک کہ دشمن بھی تحجب میں ہیں پس وفا اور اخلاص میں ترقی اور جوش ایمان کا غیر معمولی میار ایسا ہے جس کے عملی اظہار آج بھی حضرت مسلم علیہ السلام کی جماعت کہ افراد میں ہمیں نظرات پہ ہیں بلکہ اخلاف سوفا میں ترقی نووائین میں بھی اس حد تک ہے ابھی ان کی ترقی تھوڑے درسہ ہی وا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس تھوڑے عرصے میں انہوں نے اس قرر ترقی کر لی ہے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی غلام سادق سے محبت کا تعلق اور خلافت سے وفا اور اخلاص کا میار ایسا ہے کہ جیسا حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن بھی تحجب میں یہ کیا چیز جس نے ان میں یہ تبدیلی پیدا کی یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ان پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیک طبیعت اور سعادت مندی کو دیکھ کر ان پر فرمایا ہے اس نیک طبیعت اور نیک فطرت اور بیعت کا اظہار کا حق ادا کرنے کا اظہار اور خلیفہ وقت سے وفا کے تعلق کے اظہار ان لوگوں کے کول و فیل سے زائر ہو رہے ہوتے ہیں آج دنیا جب مادیت میں ٹوبی ہوئی ہے یہ لوگ مالی قربانیاں کر کے ایک دوسرے سے آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے کیونکہ انہیں یہ ادراک حاصل ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے پس کون ہے جو آج اس جماعت جو حضر مسلم اللہ علیہ السلام کے دریعے خدای وعدوں کے مطابق قائم ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ یہ کمزور ہو رہی ہے یہ جماعت تو قائم ہی پھلنے پھولنے اور بڑھنے کے لیے ہوئی ہے اور دشمن کو کوئی وار بھی اس کا بال بھی کھا نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پھل پھول رہی ہے مالی قربانی کے ذکر ہو رہا ہے تو اس حوالے سے میں چند واقعات پیش کرتا ہوں کہ کس رہ لوگ قربانی کر کے اپنے ایمان اور یقین کا اظہار کرتے ہیں اور پھر رہا تعالیٰ بھی ان کے ایمان کو کس رہا سبات بخشتا ہے سرالیون کا علاقہ افریقہ کا علاقہ اس کے بھی دوردراد علاقے میں ایک شخص ہے اس کے بارے میں مشنری مہا کے لوکل بیان کرتے ہیں کہ دورے پر گئے تو مہینے کا آخر تھا وہاں ایک جماعت کے حباب کو دورے پر گئے توجہ دلائے کے لئے توجہ دلائے کے لئے توجہ دلائے لوگ مسجد موجود تھے انہوں نے توجہ دلائے تو وہاں کے امام اور سب نے انچی آواز میں آمین کا پھر میں باپس موٹر سیکل بیٹھ کے امیشن آؤسہ گئے کہتے ہیں کہ امیشن آؤسہ نہیں پہنچا تھا کہ اسی امام کو مجھ فون آیا کہ میں آپ سے ملنے بیشن آؤسہ رہا ہوں میں بہت تران ہوا کہ ابھی تو میں امیشن آؤسہ آ رہا ہوں ابھی فون پہ آ گیا جب وہ لوکل امام میرے پاس پہنچا تو کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی تھی اس کا یہ اثر ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک میرا رشتہ دار آیا اور جیب میں ہاتھ ڈال کے اس میں ایک لاک لیون میرے ہاتھ پر دیئے اور کسی معاملے مجھے بھی دعا کیا کہتے ہیں یہ دیکھ کے میں نے وہیں اللہ اکبر کے امچی ناظرین نگا نشب کر دیئے وہ بندہ بڑا حران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا تو میں نے اسے بتایا کہ ہمارے ایک وعدہ تھا باقفید کی چندے اس میں کچھ رکم رہ گئی تھی ابھی ہم دعا کر بھی فارغ ہوا ہیں کہ اللہ تعالیٰ اندو میں بھیجتے ہیں اور یہ رکم مجھے بھیجتے ہیں اور اس امام نے شیخ اسمار نے وہ ساری رکم جو لیک لاک لی ان کی تھی وہ فوری دور پہ آکے باقفید کی چندے میں جمع کروا دی اس رکم کو وہ رکم ان کی لحاظ سے بہت بڑی تھی گو کہ ہمارے لحاظ سے بہت تھوڑی بنتی ہے ان کی اگر اس کو کنورٹ کریں تو صرف ساڑھے چھے پاؤنٹ بنتے ہیں لیکن ان کی بہت بڑی قربانی تھی جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والی ہیں جو بھی رکم آئی یہ اخلاس ہے ان کا ضرورت اپنی بھی ہے اپنے پاس نہیں رکھی وہ فوری طور پر آکے جمع کروا دی اور یہی وہ مثالیں ہیں جہاں ایک درہم ایک لاک درہم پر سب کتھ لے جاتا ہے لیکن ان اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے پیار کی نظر ڈالی ہوئی پھر یہ دیکھیں قربانی کے میار ایک جگہ نہیں مردوں میں نہیں عورتوں بھی دکھائیں دیتے ہیں چارٹ ایک ملک ہے وہاں کے مبلک کہتے ہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے بڑے مخلص جماعت نے پیدا ہو رہے ہیں اکثری جماعت چارٹ کی نووائین کی ہے ایک ممبر خاتون نے امہانی ستر ہزار فرانک کار وہاں نے وقفہ حدید نے انتظام نہیں ہو سکا ان کے پاس ایک اونٹ تھا وہ اس اونٹ کو ایک لاک ستر ہزار فروخت کر دیا اور وقفہ حدید کا بادہ بھی دا کیا اور باقی بچی بچی رکم اپنے پاس دی رکھی وہاں نے مختلف چندوں میں دے دی پھٹوگو ایک اور ملک ہے وہاں ایک احمدی ہیں ابراہی ہیں لوگوں کے جانروں کو چراتے ہیں بکریوں کو چراتے ہیں اور جو بھی آمد ہو اپنے حساب سے بڑی بچی رکھانی دیتے ہیں وہاں انہوں نے وعدہ کیا اور وعدہ پورا نہیں کر سکے کری بھی دریا ہے دریا سے ریت بھر گر ریت لے جائی جاتی ہے اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ رات کو مزوری کر کے ریت کے دو ٹرک برے اور اسے جو آمد ہوئی وہ وقفی دید میں چندہ میں دے دی کیوں اتنی محنت کی اور پھر یہ ہے کہ اس نے محنت کے بعد کوئی رکم بھی اپنے لئے نہیں رکھی صرف اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا اب ان کو ادراک حاصل ہو گیا پھر مرد عورت یا بڑی عمر کے لوگوں کا سوال نہیں نوجوانی ملے بچوں کو یہی حال ہے بیلیز سینٹرل امریکہ کا ملک ہے ہزاروں ملکہ یہاں سے فاصلہ ہے وہاں کبھی اخلی ہو اکنی گئے نئے امدین ہیں سارے لیکن سوچ ایک ہے ایک افریقہ کی سوچ ہو یا امریکہ کی یا جزائر کی یا ایشیا کی یہ ایک سوچ ہے یہ وہ انقلاب ہے جو حضر مسیم اللہ علیہ السلام نے پیدا کیا ہے واقعہ یوں ہے انہوں نے ایک بچہ چودان سال کی امر پر اس نے طریقہ یدید کے چند آدھا کیا اس کا ذکر میں نے کر دیا یہاں اس پہ لوگوں نے اس کو بڑی مبارک باتیں دیں اور کینیڈا سے کسی نے اس کو دو سر ڈالر توفہ بھیجا کہ یہ تم نے قلبانی کی یہ میری طرح سے انام ہے اب اس بچے کا حال دیکھیں چودان سال لکھنے والا نوجوان بچہ ہے یہاں وہ تو فورم گیمیں خریدنے کا شوق کردہ ہوتا ہے اس نے کہا کہ میں نے اپنے سوچر سکیورٹی کارڈ برنوانا تھا اس کے لیے میں تیس ڈالر بھی درورت تھی اس لیے تیس ڈالر بھی درورت تھی اس لیے تیس ڈالر بھی رکھ لیا واقعی ایک سس ست ستر ڈالر جائیں پھر میں چند میں دے دیتا ہوں اس کو پکا بھی کہ تم اپنے لیے رکھو اپنے خرچ کے لیے رکھو اسرار بھی کیا اس نے بڑے اسرار سے اس نے بڑے اسرار سے اس نے دیتا ہوں یہ ہے دین کو دنیا پرمکتم کرنا اللہ تعالیٰ کرے یہ سوچ اس بچے میں ہمیشہ قائم رہے اور اس دنیا داری کے محول سے اللہ تعالیٰ اس بچے کو بچا کے رکھے پھر جمعیکہ ایک اور ملک ہے یہ خاتم یحسین صاحب اس بچے کا نام ہی دانیال ہے اور یہ ذکر کر رہو ان کا نام یحسین ہے بے روزگار تھے عرصے سے بے روزگار تھے میں گلیوں میں تھوٹی موٹی چیزیں بیچ کے ٹوفیاں چوکلٹ گرہ بیچ گدارہ کرتے تھے لیکن اس حالت میں بھی ان کو فکر لگی ہوتی تھی کہ میں نے مالی قربانی کرنی ہے وکف حدید کے چندے کے میں نے وعدہ کی ہے اور سال ختم ہو رہا ہے اور کچھ بھی میرے پاس آخر یک دن وہ شام کو بالکل آخر میں دسمبر کے مشنری کے پاس آئے اور کہا کہ آج چار سو ڈالر جمیکن ڈالر مجھے کے آمد نہیں ہوئی ہے پچیس سو ڈالر اس میں سے نکال کے اب میں سو ڈالر جو ہیں آپ کو لکف حدید کے چندے دے رہا ہوں پھر ایک غریب ملک کے احمدی کے اخلاف و حفا اور اللہ تعالی کی رضا اور اس کی محبت جذب کرنے کی غیر معمولی مثال دیکھیں لوگ کہتے ہیں یہ انپڑ لوگ ہیں غریب ہیں لیکن یہ لوگ پڑے لکھے لوگوں سے زیادہ دین کا ادراک رکھنے والے ہیں اور دل کے امیر ہیں گنی کناکری ہیں ملک ملک انچارج کہتے ہیں کہ وقف حدید کے مالی سال کے آخری عشرے میں وقف حدید کی آمیت اور اس کی برکات پر خطبہ دیا اور میں نے جو خطبات مختلف دیئے ہوئے تھے ان کے اکتباسات بھی پیش کی ہے جماعت کو تلقین کی توجہ دلائی مالی قربانی کی کہتے ہیں خطبہ حتام پر غریب مگر نہاید مخلص احمدی موسیٰ صاحب نے جیب سے موجود رقم دو لاکھ ہٹھارہ ہزار پانچ سو فرانک گنی نکال کر وقف حدید مدا کر دی جب میں نے شتصار کیا کہ بڑی رقم آپ نے دیئے بڑی رقم دیئے کیا وجہ ہے اس کی تو کہنے لگے کہ میرے دل میں خلیفت المسیح کی یہ بات میک کی طرح گڑ گئی ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں نہیں لیا سکتے یا تم بندہ خدا سے محبت کریں یا پھر مال سے یہی وجہ ہے کہ مجھے جب موقع ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے عمل سے بھی اس کا ادھار ہو جائے کہنے لگے میرا ایمان حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا تو نہیں ہو سکتا کہ گھر کا سارا مال اللہ تعالی کی راہ میں خرش کر سکتا ہوں کہ جیب میں موجود سارا مال اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہوں اور دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے حضرت عبقر لے دلان ہو جیسا ایمان بھی اتا کر دے اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہنے لگے کہ جب سے میں نے مالی اقربانی حصہ لنا شروع کیا ہے اللہ تعالی نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا میرے ایمان میں بھی اضاف ہونے لگ گیا اور میں اپنے آپ میں غیر معمولی تبدیل پہتا ہوں یہ ہے وہ سوچ اور ادراک بہت سر پڑے لکھوں میں نہیں ہوگا اللہ تعالی ایمان میں بڑھنے کے بھی اس طرح سامان فرماتا ہے اس بارے میں اگر اور واقع ہے گنی کناکری اک ملک ہے وہاں کے ایک مخلص صاحبی حصیت احمدی ہیں اللہ حسن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے چندے کی رقم اپنے لفافے میں ڈال کر اپنے ٹیبل پہ رکھی بزنس کرتے ہیں اور مصروفیات کے وجہ سے بھیجوا سکے ان کے ساتھے ہیں کہتے ہیں میں نے وہ کمپنے ڈرائیور کو دی کہ مشن ہاوس بجوا دیا جائے اور دی اور وہ مشن ہاوس بجوایا جائے کی چندہ ادا کر رہا ہوں اور میں کسی کام سامنے ہیں باہر چلا گیا اسی اسنا میں جب باہر تھے تو ان کے ہمسائب کے دفتر میں آگ لگ گئی Und dann wurde es wieder aufgewachsen. Sie sagten, dass mir ein Telefon kommt, dass es in meinem Auftrag gekommen ist, dass ich mich in der Zeit gekommen bin. Sie sagten, dass es in meinem Kopf gekommen ist. Sie sagten, dass es in meinem Kopf gekommen ist. Ich bin, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich, Ich sage, dass ich die Liebe für Allah, was er glaubt, was er glaubt. Dass er der zweite dritte ist, die dritte dritte ist. Er sagt, dass mein dritte dritte ist. Und in dieser dritte ist die dritte dritte dritte, die dritte dritte ist. Der dritte dritte war zwei dritte. sondern sie haben die Königin, aber sie haben die Königin. Sie sagen, ich habe mich sofort ein Gefühl, dass es die Königin ist. Und auch, diese Menschen gibt es auch. Das ist nicht so, dass es nicht so ist. Ich glaube, dass ich das Gefühl habe, Das war auch in diesem Fall, dass es auch ein Glauben ist, dass es auch ein Glauben ist, dass es auch ein Glauben ist. Insofern, Allah-Taláhállah hat, dass es ein Glauben ist, dass es ein Glauben ist. dann ist es ein Verständnis, die all den Anbietern bezeichnet haben. Sie sagen, dass wir ein Regen, ein Gemeinwesen des Gemeinsam sind, haben sie bezeichnet, dass wir ein Freund von unseren Gemeinsam sind, ein Freund, ein Freund, ein Freund, ein Freund, ein Freund. Und als ich meine Bibliothek von Rukhfidid hatte, in der Zwischenzeit und die neue Jahrzehnte, und die Begründung wurde, und die Begründung wurde, dann haben sie 500 jahres gelegt. Und sie sagen, dass Allah-Torl hat auch so gemacht, dass sie diese Jahrzehnte der Fassel nicht geblieben hat. und die Begründung von 5,8,5,5,5,5. Aber sie haben die Begründung von 1,8. Dann haben sie die Begründung von den Begründungen gesagt, dass sie 10 Bands in der Zuckaat waren. Das Jahr war es so, dass sie 50 Pundles gegeben haben. In diesem Fall haben wir zwei Pundles gegeben. Und sie sagen, dass die Ahm-Di-Hibab, die in ein paar Begriffe haben, die aus der ersten Zeit haben, und die Ahm-Di-Hibab auch sagen, dass die Ahm-Di-Hibab keine Ahm-Di-Hibab haben. Das erhält doch nicht, dass sie um sie, die Ahm-Di-Hibab auch auf der Allaher in der Lage zu bekommen. Dann ist es nur in Afrika, die Menschen der Ahm-Di-Hibab sind nicht dabei. Deshalb sind die Ahm-Di-Hibab und die Ahm-Di-Hibab und die Ahm-Di-Hibab sind. Es sind keine Ahm-Di-Hibab oder die Ahm-Di-Hibab. Wir schreiben, dass eine Gemeinde, die Trotersheim, sie haben ihre Erinnerung über die Erinnerung, und die Erinnerung über die Erinnerung. Daher haben die Erinnerung von der Gemeinde, die Jerman und die Erinnerung gegründet haben. Und sie sind sehr wichtig. Sie haben gesagt, dass wir wollen, dass die Gemeinschaft auch ein paar Jahre alt sind und diese auch die guten Geinschaften werden können. Sie haben 19,000 Euro gebeten, das German-Nua-Md-Khatun, die 19,000 Euro gebeten, 19,000 Euro gebeten. Er hat mir gesagt, dass ich meine Arbeit für die Arbeit geholfen habe. Aber in meinem Herz ist eine große Freude, dass mein Name der Gemeinschaft in der Zeit kommen wird. Das ist das, was ich folgt. Und ich werde meine Heilige Geist werden. Ich werde mich jetzt wiederholen. Dann, ein Talibler von Germany hat eine 500 Euro geschrieben. Die Frau hat gesagt, dass ich 500 Euro für die Zahl gewollt. Und er hat gesagt, ich werde es nicht so machen. Er sagt, dass er die Antwort von Allah-Tan. Ich habe eine Woche von der Universität, dass wir 40 Taliber haben, die die Universität zur Verfügung stehen werden. Das heißt, dass ihr eure Akaunter für eure Akaunter behebt habt, damit ihr eine Waziefe gelegt habt, die 1,000 Euro gelegt sind. Das heißt, dass Gott mir gelegt hat. Es ist auch ein Beispiel für die Kirche. Wir sagen, wir sind ein Freund von der Bibliothek. Es war ein wenig in den Tarkat des Mekfes. Das war auch ein wenig, aber es war auch ein wenig. Wir sagen dann, dass das nächste Tag, wenn wir ein wenig haben, das war, dass die Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer. Also, dass mirzig aber selbst warto sich genommen, und wenn ich den Unterricht habe. Ich mit einer Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Conzer aufzusatti yapt haben. Aber ich bin Full-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer-Konzer und das letzte An trage haben, dass ihr mit Indis- und K到 Flucht im Dok übel gemacht habt, Wenn ihr jetzt Integrations ist, pater geholfen unterbrechtet�, Und sie sagen, dass ich ein paar Wachf-i-Deed hatte, es war mehr als 10. Insofern, Allah-Tahler, für die Eman und Huzbauti, wird das auch verletzt. Dann, Allah-Tahler, eine andere Beispiel, in India. Er hat sich in den Wachf-Hadid gebeten, die die Menschen in den Wachf-Hadid gebeten. Er sagt, dass ich dort bin, dass ich die Menschen dort bin. Er hat einen Freund gesagt, dass ich ein paar Wachf-Hadid erzielt habe. Er hat gesagt, dass er nur 15,000 Euro in meinem Leben sind, die für jemanden sind. Es ist sehr wichtig für jemanden. Er hat mir gesagt, dass er ein paar Wachstum macht. Er hat mir gedacht, dass ich was. Wenn ich ein paar Wachstum mache, dann kann ich das jemanden machen. Und dann kann er auch nicht mehr, insofern sein. Er hat gesagt, aber er hat gesagt, dass er keine Wachstum macht. Ich habe in Unrechstum gemacht und er hat eine 15,000 Euro gemacht. Dann hat er gegangen. Er hat gesagt, dass er in einem nächsten Mal kam, dass ich das Raktor und Raktor des Khaans ausdecken etwas Leben gerät. Dann hat er ihre Reaktoren gewonnen. Er hat mir gedacht, dass Er hat die Arbeit verändert. Er hat sie verletzt. Er wird gesagt, wenn er eine Wachstum macht, in einer Zuhause nach Hause kam, dann kam dann der $ genauer als ich mit. Und heute waren es viele Htauers, die Leute mit mir am Anfang verletut. Das ist alles, was er gegründet hat. Das ist alles, was er gegründet hat. Dann sind die Menschen, die Menschen in der Welt sind, nicht so viele Menschen in der Welt. Aber in der Gemeinschaft, ein Freund, der Kierer Lai, hat sie 10,000,000 Euro. und die Beobachtung von den Ämternen haben. Die Beobachtung von den Ämternen kamen. Sie haben auch sehr viel Spaß gemacht. Sie sind auch Musi. Sie sind auch Musi. Sie sagen, sie sind nach Hause. Sie haben ihre Ehlia gebetet, die 5,000,000 Euro für die Check. Sie haben gesagt, Sie sind erstmals 10,000 Euro. Sie sind wieder zu geben. Der Antwort war die Antwort, dass wir die Niemte erhalten haben, dass wir mit den Schänden erhalten sind. Deshalb ist es, dass wir mit den Schänden erhalten, dass wir mit den Schänden erhalten werden. Das ist, dass wir mit den Schänden erhalten sind. Deshalb werden wir mit den Schänden erhalten. Dann haben wir auch die Mali-Kurbanie geschrieben, dass wir in den Kaisen-Kurbanie-Kurbanien und die Aufmerksamkeit haben, und die Probegrämmung auf der Ebene-Kurbanie-Kurbanie-Kurbanie-Kurbanie-Kurbanie-Kurbanie-Kurbanie. Ich habe gesagt, dass wir in der Zeit der Gemeinschaft der Gemeinschaft haben, dass die Gemeinschaft der Gemeinschaft in der Gemeinschaft etwas nicht etwas verabschiedet wurde. Ein Neu-Waar hat gesagt, dass ich ein paar Jahre über die Tatsache hatte, dass ich nicht mehr Geld hatte. Ich kann es in der Lage sein. Aber ich habe versucht, dass ich natürlich in der Gemeinschaft etwas nicht etwas verabschiede werde. Ich werde nicht weitergehen. Ich werde nicht weitergehen. Ich sage, dass ich in der Gemeinschaft habe, und ich habe sehr froh, viele große große Barschen in der Gemeinschaft Daher haben wir die Barschen gesammelt. Die Barschen verspägt, dass sie die Barschen aus den Augen gesammelt sind. Und wenn wir in der Gemeinschaft in der Gemeinschaft gesammelt, dann haben wir 20 Barschen gesammelt. Das war der Barschen. Das war das Barschen. Der Barschen hat 20,000 Franken Und ich bin sehr froh, dass ich auch in der Mali-Gurbanen gewonnen habe. Ein Kollege von Polen ist, dass in den letzten Jahrhunderten, Jandar-Ukfid, Merafieh-Sahab, hat gesagt, ich habe eine 100 Zuluti-Polisch-Kuranskirans. war. Das war der Tag, es war auch der 26. Und sie haben auch den Buchstaben. Die Buchstaben waren mit der Möbile-Package. Die Buchstaben waren mit dem Buchstaben. Und sie haben auch gesagt, ich muss mich selbstverständlich sein. Sie sagen, ich habe 20 Zuluti gekauft, und ich habe mit 28 Zuluti gekauft, ich habe mir mit seiner Frau und meiner Frau gekauft. Und sie haben Das hat sich gemacht, dass wir in den restlichen Tagen nicht mehr kaufen können. Und wir werden in den Häusern geschehen. Aber es war, dass wir uns mehr Geld geben können, dass wir uns mehr Geld geben können. Wir haben gesagt, dass wir ein Drei haben, dass Allah seine Schuld hat. Wir sagen, dass wir 28 Dessember zurückkommen sind. Ich habe eine Kantechnung schrecklich gehalten. Ein Freund mit 12.000 Euro prozess. Er sagte mir nicht, dass ich die Kantechnung nicht vertreibt habe. Jetzt müssen wir mit diesen Kantechnungen zurückkommen. Dann habe ich eine Kantechnung. Ich habe mir einen Kantechnung gesehen, die 1.290 Euro prozess. Der 3.000 Euro prozess war, hat keine Kantechnung youth. Ich wurde この Rekam auf einen Account vorgebracht und an dem es hat mich 13000 Zulutni gezeigt. Dann sagte ich ich dann ein paar Zulutni oder dritten Zulutni. Dann sagte ich, ich habe auch ein anderes Tal, dass mein Studenten, wo ich ich arbeite, der ich aber wie er in der Schule passiert ist. Es ist ein Jahr in Aktur, ein Jahr in Aktur war, aber es wurde noch ein Jahr in 31st. Das heißt, dass das auch unser Ehmann hat. Wir haben auch noch ein Einfluss in der Region Schianggau. Es ist ein Einfluss in der Region Schianggau. Die Neumat-Gubain-Gubain-Gubain-Gubain-Gubain-Gubain-Gubain-Gubain-Gubain-Gubain-Gubain-Gubain-Gubain. Es kommt an irgendwie einen Freund an Abgaben, dir zu lernen, zum Beispiel. Er hat die Ausbildung vom Ausbildung von Herrn Rommagam ... ... und hatte die Ausbildung von einem Jahrzehnte Verstuvee, aber keine Ausbildung von den Gründen des Gründnisse. Er hat eine andere Situation, und er hat einen glück zum Hintergrund des Pläck. Die Kleine des Regen, die Leiden, waren sehr, sehr stark für die Menschen geredet worden. wo sie leben. Ein paar Menschen haben gesagt, dass ein Mensch in diese Weise wird, in dieser Art und Weise verletzend sein. Aber sie haben gesagt, dass sie tatsächlich in der Umgebung, dass sie die Glaubwürdigkeit und die Glaubwürdigkeit haben. Sie haben gesagt, dass sie die Glaubwürdigkeit in dieser Arbeit. Sie sagen etwas, aber dass sie die Glaubwürdigkeit in dieser Zeit, sie haben eine Plot zu finden und die zwei Plot zu finden. Das ist alles für die Glaubwürdigkeit. Und eine Plot zu nennen von einer Glaubwürdigkeit. Das ist die Wahrheit. Sie haben die Glaubwürdigkeit und die Glaubwürdigkeit, die Glaubwürdigkeit der Glaubwürdigkeit und die Glaubwürdigkeit der Glaubwürdigkeit. die Glaubwürdigkeit der Glaubwürdigkeit und die Glaubwürdigkeit der Glaubwürdigkeit der Glaubwürdigkeit und die Glaubwürdigkeit der Glaubwürdigkeit und die Glaubwürdigkeit der 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 Glaubwürdigkeit Er hat gesagt, ob es in Ramazan zu geben muss, ob es in Ramazan zu geben muss. Ich habe nur gesagt, dass in Ramazan, Herr R.S. und Herr H.S. der Ausgabe, dass er viel mehr und viel mehr anfragen hat. Er hat gesagt, dass er über die Ehemitee gesagt hat. Er hat gesagt, dass er über die Ehemitee gesagt hat. Und er hat gesagt, dass es in den Kampen des Islam ist. Und er hat gesagt, dass es nicht so ist, aber er hat sich nicht mehr, sondern er hat sich nicht mehr, um in den Kampen zu bekommen, um in den Kampen zu bekommen. Und er hat gesagt, dass die erste Jahrzehnte, dass die erste Jahrzehnte 20,000 Franken waren, er hat sich nicht nur in der Kampen, sondern in der Kampen, Wir werden das Kniegelschstel und Trinkegelschstel einflussend sein und zusätzlich 30,000 Fr. Wir werden das Kniegelschstel und Tarko-Taklischstel und das Kniegelschstel geführt werden. Das hat auch gesagt, dass das Kniegelschstel, in diesem Jahr, bis wir das Kniegelschstel und Tarko-Taklischstel und Tarko-Taklischstel werden, dass wir die Kniegelschstel-Johannelschstelwarteit werden, dass wir auch die Kniegelschstel, Es heißt, dass er noch über die Musik von Rums von Rumsum über die Kirchen von Rumsum, jedes Mal auf der Kirchen von Rumsum, die die Kirchen von Rumsum mit den Kirchen von Rumsumruppen vermitteln. Es ist ein Thema, dass hier auch die Kirchen von Rumsumruppen der Kirchen von Rumsumruppen, also es ist eine Art von Rumsumruppen. Ich erzähle auch hier. Wir haben einen Jahr lang, die Jesus Christus in die Kirchen von der Kirchen zu einem 187. die Menschen in der Zeit haben, die in der Zeit gegründet haben. Und in diesem Moment, 105 Menschen in Afrika sind in Afrika. In diesem Fall, 144 Menschen in Afrika sind in Afrika, und 45 Menschen in Afrika sind in Afrika. In diesem Fall, die Menschen in der Zeit nicht zu bauen, die in den Kriakien nicht auf die Kriakien. In den Afrika, die 731 Mission Houses in den Kriakien haben. In den anderen Asien im Kriakien sind auch 632 Mission Houses in den Kriakien. Ich werde noch sagen, dass die meisten Menschen in den Kriakien sind, die in den Afrika, die Kriakien in den Kriakien sind. Das ist die Maschid. Das ist die Maschid. Das ist die Maschid. Das ist die Maschid. Das ist auch so einfach. Es muss auch die Maschid. Aber Allah-Talai ist die ganze Arbeit. Und die Maschid. Das ist auch für die Wahrheit. dass wir uns nicht in den Hügel verletzten. Wenn keine Hügelverfaheien, dann hat er sich die Hügelverfaheien. Zum Beispiel haben wir keine Hügelverfaheien. Aber in der anderen Seite, ein Ehemdhi-Dosst, der dort ist, die in den Hügelverfaheien, hat er gesagt, dass ein Hügelverfaheien Das ist ein Professor von Jesaja, der uns gekommen ist und er hat uns geholfen, und er hat uns geholfen. Das war, dass die Ahm-Di, die mit dem Weg zu gehen, mit dem Weg zu gehen, und die Rädi oder Wielbürohs zu gehen. Einfaches, die Menschen mit ihren Gelegenheiten bewerben, sondern auch, dass die Menschen mit ihren Gelegenheiten arbeiten. Einfaches, dass die Menschen auch so sind. Und dann ist es der Fall der Kämmerhöhne. Dort ist eine große Herausforderung von Muslimen. Es ist eine Stadt, eine Stadt. Die Stadt ist eine Stadt. Sie sagen, dass dort, in zwei Jahren, in der Gemeinschaft der Gemeinschaft kam, er hat sich angefangen, dann hat sich die Regierungschef durchgeführt. Dann hat sich die Regierungschef durchgeführt. dass die Gemeinschaft die Arbeit geholfen hat. Die Gemeinschaft hat die Arbeit geholfen. Wir wissen, dass die Gemeinschaft der Gemeinschaft und die Mitglieder der Gemeinschaften hat gesagt, dass die Gemeinschaft eine Dächtigte Gemeinschaft ist. Die Gemeinschaft ist kein Problem. Deshalb kann die Gemeinschaft nicht sein. Das ist eine Propaganda, die 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 Gemeinschaften haben, und sie gehen dort und sie gehen. Sie wollen selbst, sie machen. Nur noch sie haben, sie haben mich auch ein Bildet. Sie wurden auch überrascht in den Sprachen und ihren Freien. Sie sagen, dass sie uns später eine Woche mit uns in der Hand zu den Überschaften und die Gemeinschaften der Gemeinschaften und den Ehrechsten der Gemeinschaften und die Gemeinschaften sind. Die Gemeinschaften haben eine Anrufe, die die Gemeinschaften haben. Und die Gemeinschaften haben, die die Gemeinschaften haben, Er hat gesagt, dass wir uns geholfen haben, aber wir haben einen Rapport von Kamerun in den verschiedenen Bereichen. Es ist eine internationale Gemeinschaft der Gemeinschaft. Es ist ein 200er Mitgliedstaaten. Es ist 15 Jahre alt in Kamerun, auch in Kamerun. Es ist auch in Kamerun, auch in Kamerun. Es hat einen Weg gebracht und immer weiteres erzählt. Es hat gesagt, dass sie es in den Menschen mit digitalen Dienstleistungen aufgetragen haben. Er hat gesagt, dass sie in vielen Sachen in den Jahren auch in den Regionen geholfenen haben. Er hat sich die Pfund in den Jugendlichen Gehirn gezogen. Er hat sich in die Wissenschaftler und die WissenschaftlerInnen geholfen. Er hat sich immer nach den Verkaufnahmen geprüft, immer wieder zu sprechen. Die Gemeinschaft hat gesagt, dass die Gemeinschaft der Gemeinschaft und die Gemeinschaft der Gemeinschaft verabschiedet wird. Und er sagt, dass es nicht die Gehäuser der Gehäuser ist, sondern die Gehäuser der Gehäuser ist. Er hat diese ganze Dinge erzählt. Er hat auch gesagt, dass die Muslime und Khabarinnen, die Sultan, Abbau und andere sind in ihren Gehäuser. Das ist also nicht so, dass sie die Kirchen nicht geholfen. Sie können auch hier eine Kirchen. Er hat ihren Gehäuser gesagt, dass sie die Gemeinschaft der Kirchen nicht gewonnen haben. Er hat diese Kirchen gesagt, dass sie sie vier Jahre alt sind. Sie sagte, dass sie sie die Kirchen nicht zu ihnen sind. Er hat sie gesagt, sie sind doch sie, sie sind doch sie. Und Sie haben die Kirchen gemacht und machen uns nichts oder nicht. Wir nicht glauben uns. Er hat den Instrukturen wieder geguckt, dass sie sich知道, dass sie seinbone und hier losgehen. Er hat sich gesehen und sie wurden geholfen. Der Gemeinschaft sagt, sie stürte das Kirchen. Die Lebensmittel der Allgemeinen sind die Nase der Allgemeinen. Wenn es um die Lebensmittel zu tun, dann schützt die Lebensmittel. Wenn es um die Lebensmittel zu tun, dann schützt die Lebensmittel. Und dann wird er auch mit den Anwälten geholfen. Und er hat sich auch mit den Anwälten geholfen. Wie ist die Anwälte von Allah geholfen? Ich möchte auch einen Fall sagen. Das ist ein Report von Upper West Region Ghana. Das ist ein Report. Dort sind wir, dass die Tavliere, so viele Beziehungen in der Tavliere, waren in der Stadt eine kleine, kleine, kleine Einzelne, die Masjid in der Stadt. Als die Arbeit unserer Arbeit, die die Nicht-Ehmdien-Muslimen, in unsere Masjid, haben eine sehr, sehr schöne Masjid gelegt. Und durch diese Masjid, unsere Neum-Humain-Koßen zu erinnern, und einige Neum-Humain-Koßen kamen, wurden dort auch noch gelegt. Und dann haben die Gemeinschaft auch eine sehr schöne Kirche und eine große Kirche gegründet. Jetzt sind wir die Kirche, die Kirche zu kommen. Außerdem sind die Kirche zu kommen und die Kirche zu kommen. Und die Kirche sind die Kirche zu kommen und die Kirche zu bleiben. Die Kirche sind sehr klein. Doch wir sind die Kirche, die Kirche sind die Kirche zu leben und die Kirche zu kommen. Die Kirche zu machen, das ist die Kirche zu kommen. Der Renee hat viele Berge angezeigt. Das ist die Kirche, die Kirche und die Kirche zu machen. Die Kirche die deiner Kirche zu machen ist und die Kirche ist mit Kaldrager. Und die Kirche der Kirche informiert wird. und es wird gesagt, dass wir uns die Möglichkeit geben, dass wir uns in den Weg zu erhalten haben, um den Weg zu erhalten. So dass wir uns in den Pfadeln von Allah-Tahll zu bekommen haben. Allah-Tahll hat uns die Pfadeln zu geben, dass wir uns in den Pfadeln von Allah-Tahll zu bekommen werden können. Jetzt werde ich den Wachfidid im Jahr 2021 verabschieden, und dieses Jahr in Januar im Jahr 2022 starte ich in Januar. Der Jahr der Jahre in diesem Jahr ist der Fall vor der Jahrzehnte, der die jemaaten wurde, Die Zirnk-Kurbanie betreft 1,12,7,000 pound, oder ca. 1,12,12,000 pound, oder ca. 1,12,12,000 pound, oder ca. 1,12,12,000 pound. Und über die Zirnk-Kurbanie betreft 7,14,000 pound. Wenn wir in der Welt die Situation sehen, dass wir von der Welt die Älteste sind, dann ist das sehr, 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 sehr. Diese Jahre ist auch der Gratanz der Gratanz der Gratanz der Gratanz, Das ist in der ersten Position von Pakistan. Das ist die Position des Pakistanis, weil sie die Position sehr hoch ist. Insofern, sie sind sehr verantwortlich. Außerdem ist die Position des Britannischen Nr. 1. Und dann ist es Deutschland. Insofern, die Britannien haben sehr gut gemacht, diese Jahrzehnte. Und Deutschland und die Britannien sind sehr unterschiedlich. Dann ist es der Nummer 3, Kanada. Dann ist es Amerika. Dann ist es Hamburg. Dann ist es Australien. Dann ist es Indonesia. Dann ist es der Middle East. Dann ist es Ghana und Belgien. In einem Schnapp factor ist es Amerika. in Sütsamerland und Granzienland. In Afrika gibt es die Änderung der Stauberfläche. Dann ist es Ghana. Dann ist es Mauritius. Dann ist es Nigeria. Dann ist es Bhukina. Dann sind es Tanzania. Dann sind es Seraase. Dann bin ich Liberia. Dann sind es Gämbier. Dann ist es Uganda. Oder die Änderung vom Nr. 10. Das ist die Wahrheit. Die Schäuble sind 14,45,000,000. Die Beratung der Beratung der Beratung ist die Position des Beratungsgeräts. Die Position des Beratungsgeräts ist die Einheit. Die Islamabad ist der Nummer 1. Dann die Farrenhem. Dann die Boosterpark. Dann die Chiem South. Dann die Aldershaut. Dann die Pramingham South. Dann die Waltsall. Dann die Chillingham. Dann die Guilford. Dann die Juhel. Die erste Region ist die Bait-Al-Fatoo. Der Nummer 2 ist Islamabad. Dann die Muschus Fasel. Dann die Bait-Al-Achsan. Dann die Midlands. Die 10 Besonderes der Anwesbruch sind die Islamabad. Ein Erl-Rashaut. Dann die Fornham. Dann die Rohhemtchen. Dann die Guilford. Wicht der arguing wurde, indem wir Parteien von Deutschland teigen noch inuar. Absicht zur Verfügung gestellt wurden по2 Tauchkund Kn chancell wollte noch die erste Aufwärterung machen. Rüdermark nummer 1, Rotgau, Neues, Rhodosheim, Mehdiabad, Fredburg, Hanau, Florisheim, Frankenthal, Koblenz, Nida. In the first five regions, Hamburg number 1, Haysan, Haysan, South West, Taunson, Haysan-Mitte, Rhineland Falls. In Canada, there are number 1, Calgary, Peace Village, Vancouver, Brampton, West. In Canada, there are number 1, Hedika Ahmed, Milton West, Bradford, Durham, Milton East, Regina, Ottawa West, Winnipeg, Hamilton Mountain, Abbotsford. And the number 1, Vaughan, Peace Village, Calgary, Toronto West, Brampton West. And the number 1, Hedika Ahmed, Bradford, Durham, London, Milton West. In America, there are number 1, Maryland, Los Angeles, Latroite, Silicon Valley, Boston, Austin, Phoenix, Syracuse, Las Vegas, and Fishburg. First, there are number 1, Maryland, Los Angeles, Seattle, Orlando, Austin, Silicon Valley, Phoenix, Fishburg, Las Vegas, Zion. In Pakistan, there are three first three regions. First, Lahore, then Rabwa, then Karachi. And the position of Islamabad is number 1. Then, Faisalabad, Kujrat, Kujramwala, Sarkodha, Multaan, Umar Kort, Hiderabad. The first 10 regions of Islamabad, the city of Lahore, the township, Lahore, Clifton, Karachi, Dharu Zikr, Lahore, Mural Town, Lahore, Burjshan Iqbal, Karachi, Samanabad, Lahore, Azizabad, Karachi, Alhamakwal Town, Lahore. The third of the founders are three main corporations. The first three topSpaders. The first one is Kujramwala, There is a position in Islamabad in the Hauptabakh, the position of Islamabad. The first one is the Salakot, the second one is Kujramwala, and then Raghurapendi, Sarkodha, Faisilabad, Gujrach, Khayadrabad, Mirpur, Umarikko, and Narawal. Vielen Dank. 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 ... 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